Hallo liebe Freunde und hier haben wir den sogenannten Fenschelporling oder auch Fenscheltramete genannt. Das ist ein mehrjähriger Folgezersetzer, der sich auf Nadelholz bevorzugt Fichte ansiedelt und im Substrat die sogenannte Braunfäule auslöst. Der Pilz ist ungenießbar, sieht aber, wie ich finde, sehr schön aus. Man beachte auch die honigfarbenen Gutationstropfen. Der Pilz ist relativ leicht erkennbar an seinem Geruch nach Fenschel, Anis, Koriander. Auf jeden Fall irgendwie intensiv gewürzartig. Ich kann das auch bestätigen, ich habe eben gerade mal dran gerochen. Der Pilz ist relativ fest, an der Außenseite weich. Wenn ich hier mal so drauf drücke, bildet sich alsbald eine Druckstelle, die sich dann dunkel verfärbt. Das ist relativ fest, an der Außenseite weich. Das ist relativ fest, an der Außenseite.